Also. Na? Ah. Meine Spinatkanone ist leer. Moment mal. Du bist eine 10. Partie, um mich auszulachen? Dir geht's doch zu gut. Okay. Wo bin ich jetzt? Chen! Hm. Yay. Chen, 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 Chen. Chen, 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 Chen. Stop calling my name every second. Das ähnlich. Äh. Ihr seht nicht gesund aus, aber die Boxershorts stehen euch gut, Jungs. Äh. Wie weiter, Junge? Du willst nicht wissen, was sie hier in Rens privaten Pornokeller getrieben haben. La, 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 la. La, 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 la. Hier kann ich einen Code eingeben. Hm. Okay, hier gibt's Heilung. Aha. Ah. Zwei, vier, drei, zwei. Oder? Ja. Zwei, vier, drei, zwei. Gut. Mensch, bin ich klasse. Halbtot, aber ich bin klasse. Ey. Ich bin wie Yomu, halbtot, aber gut. Chen! Chen, ich bin hier! Hallo. Mal überlegen. No? Ah. Hey, du Käfer. Ups. Wer hat den Käfer kaputt gemacht? Ich bin unschuldig. Ernsthaft? Kuckuck. 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 Oh. Warum habe ich immer den Drang, ihn in die Eier zu schießen? Okay, weißt du was? Okay, noch schießt er nicht auf mich, also kannst du es nicht wissen. So, atomisiert. La, la, la. Okay. Winnetou muss sterben. Äh. Öp. Okay. Und was habt ihr hier? Oh. Hihihi. Ja. Der Versuch war es ja wert. So. Klick. Hm. Ein bisschen Heilung täte ganz gut. Hm. Yay. So. Foto drauf. Äh. 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 Ja. Äh. Ihr erinnert euch. Nahrung, Waffen, Soldaten, etc. Experimente. Diese Freaks sind abartig. Aber ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. So, was kommt jetzt? Nichts. Loser. Ha. Der sagt. Hey. Manitou gibt mir Kraft. Den Kraftspinner zu essen. Gah, 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 gah. Ja, ja. Der indianische Hacker ist unterwegs. Da guckt ihr jetzt gerade doof aus der Wäsche. Aha. Was macht ihr jetzt? Hä? Was macht ihr jetzt? Ach, wenn ich schon mal hier bin. Sportmunition. So. Ach, wieder die Schoße. Stimmt ja. Hm? Okay, okay. Ich deaktiviere ja. So. Ach, Manu. Mehr kann ich da ja nicht machen, weil ich da ja als geistig durchkomme. Manu. Was gab's hier? Hier gab's nur irgendwas Undefinierbares, das ich hier gar nicht genauer angucken will. Und da ging's zurück. Da war's genauso scheiße. Ja, natürlich. Ich will ihnen was schenken und du sagst nur, äh, 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 äh. Na, na, na. Einfach dran vorbeigehen. Widersteht den Drang, ihnen wehzutun. Aber es macht so viel Spaß. Ah ja, egal. Erstmal heilen, ja. Yay, Gottes Anbeterin, Kuh. Yay, und Muni. So, jetzt gehen wir mal wieder als Geist raus und machen die Nummer hier. Deswegen war ich bei dem ersten Spiegel ein bisschen verwundert, als es normal ging. Da hatte ich noch was anderes in die Einladung. Also eben das hier. Okay. Folgen Sie der Leiche. Löcher. Wir haben hier viele. Hui. Ich nagel euch an die Wand. Ich weiß, dass es da drin ist. Fettsack. Fettsack. Energie. Boom. Hohohohoho. Warum habe ich so das Gefühl, dass sie mich, äh, ausnutzen, um ihre neuen Waffen zu testen? Wie halten das wohl für einen Witz? Äh, Alter, dein Fuß hat gebrannt. Ah ja, da, 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 da. Wundere ich nicht, so sprechen die Indianer, glaube ich, manchmal. Wenn ihnen langweilig ist. Äh. Ah, okay. Aber ich will mich erstmal aufladen. Das finde ich aber richtig nett, dass ihr mir hier Zeug schenkt. Und ich bleib dabei, die wollen mich verarschen. Hä? Hä? Ich bin der Kumpel. Was oder wer habe ich auf der Linie? Ich bin der Kumpel. Der Kumpel? Der Kumpel von was? Ich bin der Mutter. Sie? Wer ist die Mutter? Sie will uns uns beurteilen. Okay, Keeper. Hast du etwas mit uns? Die Schmerzen ist eine Hand. Prepare dich selbst. Oh, okay. Das ist gut genug. Entschuldigung, Leute. Das ist nur eines der Schmerzen der live, Open Line-Talk-Radio. Von Zeit nach Zeit, du bekommst eine Nacht für die Hoaxes. Wie ihr wisst, ich spreche keine von meinen Begriffe. Es ist nur ich, meine Begriffe und was die Begriffe für die Show bringen. Zumindest die Begriffe für heute sind... ...eine Meinung. Jetzt muss ich auch mal auf die Uhr gucken. Ich zocke schon eine ganze Weile und ich will heute noch rendern. Sonst kommt nämlich gar keine Folge hoch, weil ich nichts mehr auf Reserve habe. In diesem Sinne speichere ich einfach mal hier. Hm. Demin nicht von eben stoßen wir wieder auf. Also wie gesagt, ich speichere hier und wir machen beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es heißt Prey. Also dann, bye-bye, Leute.